Hallo Leute, hier ist es wieder für Sun aus Berlin. Ja, heute geht es, ja es ist schon wieder ein halbes Jahr rum und ich dachte mir mache ich mal ein Body-Update. Was will ich dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, also momentan wiege ich 63 kg und das Gewicht kann ich eigentlich seit längerem sehr gut halten. Das ist schon glaube ich ein, zwei Jahre her, dass das eigentlich jetzt konstant bleibt. Also es gibt keine Gewichtsschwankungen mehr. Ich fühle mich auch recht wohl mit dem Gewicht. Ich habe auch einen guten BMI für mein Alter. Dann kommt noch dazu, dass halt meine Blutwertung und alles eigentlich im Top-Bereich liegt. Deshalb sehe ich da jetzt auch keine Anstrengung, sie noch weiter abzunehmen. Ja, so fühle ich mich eigentlich ganz gut. Ich habe immer gute Energie. Ich bin auch in meinen Aktivitäten immer ganz gut dabei. Deshalb sehe ich das jetzt auch nicht ein, dass ich da gerade unbedingt abnehmen muss. Aber ich habe schon ein bisschen festgestellt, dass sich die Figur ein bisschen verändert hat. Dadurch, dass ich halt weniger Krafttraining mache, habe ich irgendwie eine andere Figur bekommen. Also nicht so... Vorher war ich irgendwie ein bisschen breiter, hatte ich immer das Gefühl. Auch in den Armen und so. Weil Krafttraining scheint bei mir doch ziemlich gut zu wirken. Also wenn ich auf Muskeln aus wäre und Muskelaufbau würde ich wahrscheinlich wie so einen Schrank rumlaufen. Ja, und deshalb durch das Tanzen habe ich irgendwie so eine schlankere Figur oder so. Weiß ich nicht, kann ich so schlecht sagen. Die ist halt nicht mehr so breit. Aber ich fühle mich trotzdem gut mit der Figur. Und ja, dann schaut mal zu. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Ja, und das dann schau mal da, dran aber 1942-kor хотел. Das ist die Ver Thousand Einblick. Lachen, wie Kif in dercourse die denn 5E bete Historie. Untertitelung des ZDF, 2020